Nein, ich meine, eine Ex-Miss. Das bin ich! Ich habe schon nie ein Problem gesehen von mir. Ich muss richtig Zug. Ah, das ist ja völlig falsch. Ist das völlig falsch? Ja, völlig falsch. Wieso kommen Sie denn da? Kein Blasen. Ich weiss nicht einmal, wo wir sind. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe dich schon mal gesehen. Dann passt ich da tief. Aber du kannst Auto fahren. Nein. Wo ist das überhaupt? Sorry. Und zwar muss ich auf Eis siedeln, ins Kloster. Als hätte ich Gott zu mir geschickt. Jesus, I love you! Hey, lässig. Du, und wir im Auto? Ja, sicher. Wow. Ich will einfach noch ziehen. Du entführst dich jetzt. Hast du nicht gewusst? Du entführst mich? Hast du auch gerade die Wohligin bekommen? Ich glaube, ich wechsel ja. Ah, hast du einen älteren Bruder? Nein. Schade. Wieso? Ja, du bist zu jung. Weisst du schon, wie weit Bagi ist? Every night in my dreams. Lügst du? Ich habe einfach keinen blassen Schimmer, wo ich bin. Hast du das gesehen? Ich habe fast einen Kerstchaos angerichtet. Mh, schmeckt fein. Mh. Tschüss, wo kommen wir für mit dem Brotwächle? Ja, das kennst du wieder. Hättest du das alles übertreibt? Ja. Mh, Nay. Thank you very much. Danke.